Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu einem kleinen Infovideo. Doch heute bin ich nicht allein, denn die Kitty, die ist auch hier. Hallo ihr Lieben. Wir hatten vor gut zwei oder drei Wochen einen tollen Minecraft Lost Stream gehabt, in dem wir zusammen für euch die Lost Adventure Map durchgezockt haben. Naja, durchgezockt ist jetzt mehr geprahlt, denn wir sind nicht mal wirklich über die erste Staffel von Lost hinweggekommen. Ja, das wollen wir nicht so belassen, deswegen geht es demnächst weiter. Genau, wir sind zu zweit natürlich am Start, dann ist natürlich noch die bezauernde Traki da, die kümmert sich um die Community und dann ist noch der Lob da, der liest die Geschichte vor. Ja, damit hätten wir eigentlich alles. Wann geht das Ganze los? Freitag 21 Uhr auf live.yuga.de. Wir freuen uns auf euch, oder? Ja, das wird eine super Sache.